Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Medley3000 und das hier ist UFO Alien Invasion. So, ich habe mittlerweile mal nachgeschaut, es hat leider den Anime Master Fan 81 erwischt. Das tut mir leid. So. Mal schauen, wie schaut es hier aus. Ich warte immer noch darauf, dass es mit der Forschung weitergehen kann, wenn die endlich mal diesen Jäger auseinandergenommen haben. Gut, abwarten. Nächstes UFO. Okay. Ich finde, das kann mal wieder beschossen werden. Also, nicht, dass die Burschen denken hier, sie können machen, was sie wollen. Bloß weil wir mal in diesem Monat nicht besonders aktiv waren. Und der nächste Jäger. Halt. Zurück. Zurück. Oh, der alte Trick. Mit dem in die Nähe des Basislokken klappt auch noch. So, weiter geht's. Was? Die Basis wird schon wieder angegriffen? Das ist ja nicht zu glauben. Diesmal kann ich jeden mit einer schweren Rüstung ausstatten. Was ist hier? Nachladen. Okay. So. Okay. Hat geklappt. Alle noch da. Okay. Ja, ja, ja. Gut, abgeschlossen. Okay. Okay. Gut. All right. Cool. Okay. Ach kommt Leute. Okay. Nächste Terror-Motion. Da werden noch Elektro-Laser gemacht. Hm. Jetzt haben wir schon die Zimmer, ey. Und das Ding ist immer noch nicht zerlegt. Oh Mann, oh Mann. Nee, ich will das jetzt wissen. Elektro-Laser abgeschlossen. Okay, cool. Eine neue Waffe für unsere Soldaten. Das ist glaube ich... Das war doch eine Betäubung. Und das... Das ist doch ein Betäubungsgerät. Das... ...sollte man dann auch mal ausprobieren. So, Transfer. Wo ist er? Ja. Ja. Laser... Elektro-Laser. Das ist er doch. Ups. Oh. Kein Platz. Gut, da muss ich mal was verkaufen hier. Was können wir denn mal verkaufen? Okay. Ein paar Plasmagewehre. Laserpistole brauchen wir glaube ich auch überhaupt nicht mehr. Betäubungssparat brauchen wir nicht mehr, wenn wir diese neue Waffe haben. Oh, 54 Plasma Pistolen, weg. So. 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 Davon ein paar. Die können wir nicht benutzen, die können auch weg. So. Das sollte doch jetzt genug Platz sein. Transfer. Elektrolaser, da ist er doch. Okay. Weiter. Erntemission, na gut, dann können wir auch die neue Waffe endlich ausprobieren. So. Wer kommt als Ersatz mit? Moment. Oh. Moment. 若 mich. So, da ist diese neue Waffe. Wer kann denn gut mit... Du kannst auch gut mit Sturmgewehren umgehen. Na gut. Alles klar. Okay. Brandgeschosse für das Ding muss ich noch kaufen. Augenblick mal. Thermische Grate, da sind sie. Okay. Ausrüsten. So. Cool. Okay. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Bis gleich. Tschüss. Das war's. Das war's.